Der Kinocast Hallo und herzlich willkommen zur weihnachtlichen Ausgabe vom Kinocast. Hallo Ho Ho, hätte ich sagen müssen. Hallo Ho Ho. Hallo Kate. Hallo Ho Ho. Hallo Chris. Hallo Ho Ho, Erik, aber Weihnachtsfolgen ohne Glöckchen kann ich nicht ernst nehmen. Das kann ich alles im Nachhinein einspielen. Ansonsten hätte ich hier nur so ein Techno-Horn oder so. Ja, dieses Jahr ist halt alles ein wenig anders. Ich habe ja auch so einen Aufkleber in der Lootbox gehabt, den hattest du ja bestimmt auch. 2020 nicht zu empfehlen, einen von 5 Sternen oder so. Fand ich sehr nett. Schade, dass nur einer drin war. Ich würde den gerne, ich weiß nicht, wäre ich auf den einen Laptop draufkleben und ich hätte die Gelegenheit, den noch woanders hinzukleben. Aber zumindest, ich hatte letztens eine Diskussion auf Twitter, als ich den veröffentlicht hatte, das Foto von diesem Aufkleber. Da hatte mir nämlich die Ute, VfB-Fan, kennt ihr ja hier, die immer die Fotos gemacht hat im Stadion. Die hatte irgendwie so geantwortet, ja, genau und so. Und da sind wir aber drauf gekommen, ja, eigentlich, also für unseren Verein lief es eigentlich erstaunlich gut dieses Jahr. Also das ganze Jahr war scheiße, aber für den Verein lief es unerwartet gut, ne? Teut, teut, teut. Das stimmt. Ja, also zumindest das. Wir konnten zwar nicht ins Stadion, aber, ja. Na gut, aber Fußball, anderes Thema. Wir reden hier über Filme und die Kate hatte den Homesneak-Film der vergangenen Woche vorgeschlagen. Das war der Film The Trial of the Chicago 7 mit einer illustren Darstelleriege, würde ich es mal so sagen, mit Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt, Sascha Baron Cohen alias Borat. Und, ja, weiß nicht, wer war da noch alles dabei? Da waren auch in diversen Nebenrollen noch bekannte. Jeremy Strong war dabei. Michael Keaton. Frank Langella war dabei. Michael Keaton? Michael Keaton, ja. Ach, stimmt, ja, ja, doch, jetzt erinnere ich mich, ja, stimmt, doch. Ähm, ja, als der Gouverneur, nee, wer war das? Der ehemalige. Der ehemalige, ja. Ja, also. Der ehemalige, äh, was jetzt, der ehemalige was? Ja, irgend so ein Minister war das. Gern? Weißt du es noch? Ist es wichtig für jetzt? Ja, egal. Also Aaron Sorkin hat das Ganze gedreht, der durch es bekannt ist in Filmen und Serien, Kreisen, hat er zum Beispiel The West Wing gemacht und geschrieben, The Newsroom, kriegt es Charlie Wilson, kann ich mich erinnern und Moneyball hat er zum Beispiel Screenplay geschrieben und, ähm, ja, hat das jetzt hier gedreht für Netflix. Ich weiß nicht, ob das mal ursprünglich geplant war, vielleicht sogar als normalen Kinostadt. Ähm, ich glaube, es war keine Netflix-eigene Produktion. Und wie es bei Aaron Sorkin so üblich ist, springt die Story so ein bisschen hin und her in Ausblicke, Rückblicke und so weiter. Und wir sehen hier eine, ja, eine Gruppe von sieben Personen, die irgendwie wild zusammengewürfelt sind. Da sind irgendwie so zwei totale Hippies dabei, ähm, zwei, sagen wir mal so linksgerichtete ähm, Studenten, die, ähm, gegen was, äh, gegen was demonstrieren wollen. Dann, ach, weiß nicht, was hatten die andere für eine Agenda? Ich weiß nicht, da gab es, gab es diverse Strömungen, die repräsentiert wurden von verschiedenen Personen, die alle zusammen an einem bestimmten Ort waren, nämlich bei einer großen Versammlung von, äh, von der regierenden Partei in Chicago, sind die alle zusammengekommen. Das war damals so zur Zeit des Vietnamkrieges 1968 und sie wollten dort alle ihr Recht auf Demonstrationen, ähm, ausüben an diesem Ort, wo eben diese große, äh, wie heißt das? Parteitag. Parteitag, ja genau, ich bin gerade nicht auf diesen Namen gekommen. Auf diesen Parteitag, äh, der da stattfinden sollte in dem Hilton in Chicago und die wollten alle irgendwie davor demonstrieren. Während dieser Aktion gab es diverse Ausschreitungen, die zum einen auch von der, von der Polizei, ähm, angefacht wurden, äh, die nicht gerade zimperlich umgegangen sind mit Demonstranten und zum anderen aber natürlich auch von, von gewaltbereiten Demonstranten, sodass wirklich eine, eine sehr unklarere Gemengelage, äh, vorherrschte und einige Zeit später kommt eben dieses ganze Thema dann vor Gericht und es werden diese, äh, Chicago Seven dort vor Gericht gebracht, beziehungsweise am Anfang sind es noch, äh, sind eigentlich acht, die vor Gericht stehen, was dann auch so ein bisschen thematisiert wird, weil die, die Zeitung spricht immer von sieben, aber wirklich jetzt in acht vorgeladen und es soll denen gemeinsam ein Prozess gemacht werden, weil die ja alle dort demonstriert haben am gleichen Ort und alle sollen verantwortlich gemacht werden für diese gewalttätigen Ausschreitungen. Ja, weil, aber da liegt ja auch die Koks der Sache drin, weil die kommen ja aus unterschiedlichen Bundesstaaten und sind in einen anderen Staat, also Illinois rein, um dort eben Unruhen anzustiften und das ist eine Straftat. Genau, Landfriedensbruch und, ähm, Herbeiführung, äh, öffentlicher Unruhe und Anstiftung zu Straftaten und so und die werden aber alle über einen Kamm geschert, ihnen wird gesagt, okay, ihr wart da alle auf der Demo und, äh, egal aus welcher Ecke ihr kommt, ihr seid alle desselben Vergehens schuldig und es wird zum einen dieser Gerichtsprozess betrachtet und zum anderen wird auch so ein Rückblick erzählt, wie es denn so wirklich war, wie die einzelnen, ähm, ja, Gemeinschaften sich da vorbereitet haben, um da hinzufahren, was, was dem alles vorangegangen ist, angefangen von irgendwelchen Beantragungen, ähm, bei den Behörden, dass die, äh, dass die Sache genehmigt wird, bis hin zu, ja, den verschiedenen Plänen, die die hatten für diese Veranstaltung, die sie machen wollten, die, die Hippies, die wollten so ein Konzert im Park machen mit ein bisschen, äh, mit ein bisschen, ja, äh, politischen Parolen und so weiter und die anderen wollten richtig gewaltbereit vorgehen und dazwischen, ja, ist eine Grauzone, was die anderen alle machen wollten und letzten Endes ist halt dann die Situation irgendwie eskaliert und, ja, die öffentliche Wahrnehmung wurde halt auch geschürt von, von Zeitschriften und Zeitungen, die damals veröffentlicht wurden und das beleuchtet dieser, dieser Film, wo, wie, wie dann die Gerichtsverhandlung abgelaufen ist und macht, der Film ist relativ amüsant, das klingt eigentlich, ähm, nach einem sehr trockenen Thema, aber diese, ich fand diese großartigen Darsteller, die haben das echt gut rübergebracht und der Film hat auch so, so richtige, gute Pointen an bestimmten Punkten, wo man sie eigentlich nicht so erwartet hätte, wo man gedacht hätte, okay, das wird jetzt so ein knallhartes Gerichtsdrama, aber der war wirklich pointiert, der Film, das ist halt so typisch Aaron Sorkin, ja, wird alles ein bisschen aufgelockert. Das sehe ich genauso, vor allem, ich finde, am meisten aufgelockert hat das eigentlich diese, diese zwei Hippie-Verschnitt-Jungs, ähm, die einfach auch teilweise nicht verstanden haben, wieso muss denn das jetzt vor dem Gericht so laufen und, äh, haben immer wieder den Richter angesprochen und, ähm, weil der, der Richter war ja auch erschreckend, also, wenn das wirklich so abgelaufen ist, wie es in dem Film dargestellt wird, dann ist das, dann ist eine Sauerei hoch 10, ähm, und ich finde, die zwei, die haben, die haben das Ganze aufgelockert. Ich meine, die Rolle von Eddie Redmayne, der spielt den Tom Hayden, ähm, er war immer ruhig und gefasst und hat abgewartet und wusste halt so ein bisschen, wie der Hase läuft im Gericht und die anderen, die anderen beiden, die waren halt so, ist mir doch egal, ob das jetzt in der Richter ist. Vielleicht ganz kurz. Hat es irgendwo charmant gemacht. Irgendwo, da kurz einhaken, also, Abby Hoffman und Jerry Rubin, Abby Hoffman ist Sacha Baron Cohn und Jerry Rubin ist Jeremy Strong. Also, zwei echt coole Schauspieler, kann man nicht anders sagen, vor allem Jeremy Strong mag ich, also. Deswegen, die haben da schon ganz, ihr ganz eigenes Ding da mit reingebracht und, äh, das war, es war einfach herrlich. Das fand ich wirklich herrlich, die beiden, also. Vor allem, da steckte, äh, gerade bei Abby Hoffman steckte viel mehr dahinter, als man so wirklich sagen konnte oder wusste im Vorfeld. Ja. Ja, was ja auch interessant war, also, äh, das, äh, Sacha Baron Cohen, der zeigt mir wieder mal eine ganz andere Seite, ne? Also, abseits von, von Borat, von diesem extrem Klamaukischen, äh, sondern wirklich, ja, er spielt diesen Hippie richtig gut. Das sieht man halt, der ist halt auch ein guter Schauspieler. Also, der kann jetzt nicht nur so einfach so fist in your face, sondern der kann halt auch wirklich mal sehr dezent bestimmte Sachen spielen. Also, die, allein dieser Cast in diesem Film, ich meine gut, wenn Aaron Sorkin ruft, ja, ich glaube, dann, dann lässt keiner, äh, den Telefonhörer liegen, sondern, äh, da sagt jeder sofort zu. Ja, der hat halt einen Ruf in der Branche und jeder weiß, dass das, ist wie bei bestimmten Schauspielern. Ich habe ja so diesen Indikator, wenn manche Schauspieler irgendwo mitspielen, ist der Film per se eigentlich mal schon mal mindestens gut, ja? Und hier ist, glaube ich, so, wenn Aaron Sorkin einen Film macht oder irgendwie dahinter steht, dann ist das auch mindestens gut, wenn nicht sogar überragend. Und, deswegen, also, ich glaube, da sagt keiner nein, wenn da, da, der Name im Display steht. Und, also, Eddie Redmayne fand ich auch hier sehr, sehr gut gespielt. Ich meine, gut, der hat dann auch halt noch diverse starke Szenen, ähm, das hatten jetzt die anderen Darstellungen nicht, aber ich glaube, die wollten auch nicht zu sehr die, die Linie verlassen, wie es wirklich gewesen ist, sonst hätten die vielleicht auch den anderen Schauspielern noch so gute, starke Szenen geschrieben. Ich meine, das kann er ja, ähm, aber allein dieses Ensemble von, von diesen hochkarätigen Darstellern hier in diesem, diesem Film zu sehen, wo jeder aber auch so sein eigenes Ding hat, also man versteht auch, ja, was, was jeder so für einen Beweggrund hat, da hinzugehen und dagegen zu demonstrieren und, ich meine, letzten Endes haben sie alle dasselbe Ziel, ja, auf sich aufmerksam zu machen und eben diesen Vietnamkrieg zu beenden, der völlig sinnlos ist am Ende der Welt. Und jeder macht es aber auf seine eigene Art und Weise und jeder hat einen anderen, so ein bisschen einen anderen Grund, da hinzugehen. Fand ich, fand ich wirklich gut, gut umgesetzt, gut dargestellt. Ich hatte von dem, von dem Prozess hatte ich jetzt vorher noch nie was gehört. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Ding ist in Amerika, dass jeder das kennt. Chicago 7 oder so, aber. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich hatte davon auch nicht so gehört. Aber ich glaube, das liegt halt auch sehr, sehr weit in der Vergangenheit für uns. Ich glaube halt, dass es da, dass es in den USA, glaube ich, eher bekannt ist, wie bei uns jetzt in Europa, dass da so ein Prozess war. Und vor allem, das war ja ein Riesenprozess. Der ging ja über Monate dafür, dass es eigentlich ein relativ schnell behandeltes Grundthema war. Ich habe nicht verstanden, warum dieser Prozess überhaupt so lange ging. Das macht man in den USA aber gern. Insbesondere dann, wenn du quasi als Angeklagte welche hast, die vielleicht nicht so solvent sind. Weil dann kannst du die einfach darüber ausbluten, dass die dann irgendwann sagen, komm, ich nehme den Vergleich an. Weil das war ja auch bei The Good Wife oder so. Wie war das Good Wife? Ja, diese, ja, das ging, da ging es ja auch immer mal so um ein Gericht. Oder hier, wie ist die Serie mit der neuen Prinzessin hier? Da war es ja auch manchmal so, dass so Gerichtsverfahren einfach. Genau, das Gerichtsverfahren einfach so in die Länge gezogen worden, weil man wusste, okay, die Gegenseite kann das finanziell nicht durchhalten. Ja, das stimmt. Die wird dann irgendwann einen Vergleich annehmen und hier, denke ich mal, haben die halt auch gehofft, okay, die nehmen dann einen Vergleich an, gehen dafür in den Knast und dann ist die Öffentlichkeit zufriedengestellt oder so. Krass, krass. Auf jeden Fall ein Film, der mich durchaus überrascht hat. Einfach aufgrund dessen, was da vor Gericht abgegangen ist. Und natürlich auch, was da in Chicago generell abgegangen ist. Also, dass da die Schuld nicht bei einem liegt, das ist ganz klar. Da waren auch genug Demonstranten dabei, die gewalttätig waren. Aber mit welcher Herze dann tatsächlich die Polizei auch vorgegangen ist, wird ja in Bildern gezeigt. Und ich meine auch, dass da dann teilweise auch Originalbilder dabei waren, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das ist schon extrem hart, das zu sehen. Und zu wissen, witzigerweise zu wissen, dass sich an dieser Polizeigewalt teilweise bis heute nichts geändert hat. Ja, das, was mich halt, ja, was mich halt so ein bisschen erschreckt hat, war, dass es offensichtlich in den USA so war. Ich meine, ich habe es damals so ein bisschen ähnlich erlebt, wo wir auf die Straße gegangen sind, damals in der DDR. Da waren halt wirklich auch so die Polizisten völlig namenlos und haben da mit ihren Schlagstöcken auf ihre Dinger da geklopft. Und so, die waren da bereit, loszuschlagen und so. Ich meine, dass es aber in den USA dann genauso war offensichtlich, ja, in dem Land der Demokratie, die Demokratie in alle Welt exportieren wollen. Ich meine, gut, kann natürlich auch ein bisschen filmische Übertreibung gewesen sein, aber das war schon krass, ey. Ja, aber gerade so das Thema mit Gerichtsverfahren, das ist in den USA auch schon immer wieder erschreckend, wie das so, wenn man das so sieht in Filmen oder auch in Dokumentationen. Ich habe jetzt mal, ZDF-Info ist da immer eine ganz gute Quelle, wenn dann gibt es schöne Dokumentationen über irgendwelche Gerichtsfälle oder sowas, sind da auch manchmal Thema. Also wie das da so abläuft, man denkt so, ja, ein demokratisches Land und ja, die Justiz ist blind und so, aber in Wirklichkeit, wenn dann so die Top-Anwaltskanzleien dann anfangen, wirklich über die Geschworenen alles auszugraben, ja, weil da gibt es ja vorher noch so einen Auswahlprozess für die Geschworenen. Das ist ja hier auch so ein bisschen Thema, wo die wissen, okay, die macht das und die hat den Hintergrund und die hat das gemacht. Das ist ja jetzt mittlerweile mit Social Media, das ist ja alles noch, geht ja noch viel tiefer gerade, das ist total irre. Also, was da für Profile erstellt werden und wo dann schon bei der Auswahl der Geschworenen schon Einfluss genommen wird auf das ganze Verfahren und so, ist echt krass. Ja, und wie fand man das jetzt so? Ich fand's richtig gut, also der Film hat mich, also ich saß jetzt nicht die ganze Zeit am Handy und hab rumgedaddelt, im Gegensatz, der hat mich ziemlich beeindruckt und auch gefesselt und schockiert, also ich fand den richtig gut und deswegen gebe ich ihm neun Punkte. Chris? Ich fand's wirklich, also ich fand ihn sehr, sehr gut umgesetzt, also er ist absolut überragend besetzt, das kann man nicht anders sagen. Die einzelnen Positionen und Rollen gehen auch wunderbar auf, es ist sehr, sehr stark dargestellt alles. Ja, diese ganze Gerichtbarkeit, diese ganze Sache, wie das in den Gerichtszellen teilweise abgeht und die müssen jetzt verklagt werden und die müssen jetzt verklagt werden und wir brauchen jetzt einen Schuldigen. Mit allen Mitteln und das ist das, was ja da auch versucht wurde, wirklich mit allen Mitteln umzusetzen. Es kam so deutlich raus und von wegen das gerechte System, da gab's ja auch diese Szenen mit, ja, in keinem Gerichtssaal der Welt gibt's das außer heute hier und solche Sachen. Und das fand ich unfassbar gut dargestellt, auch die kleinen Wendungen und immer diese Rückblicke, also die Schnitte und so fand ich auch super. Auch dann die Originalszenen damit reinzubringen, fand ich auch richtig, richtig gut. Hat's sehr gut getroffen teilweise, wie ich einfach fand, weil es sehr stimmig war. Also man sieht die Originalbilder und sieht dann wieder den Schwenk zu den Neuaufnahmen und das ist einfach echt gut gemacht gewesen. Deswegen, ich fand ihn sehr gut, mir hat er sehr viel Freude bereitet, auch immer wieder diese Situationen dann am Rande des Gerichtssaals, wo dann die beiden in den Richterroben dastehen und solche Sachen. Also einfach großartig, da legen sie die Robe ab, okay. Und jetzt wird mal nicht gespoilert, was dann passiert, aber echt großartig und deswegen hat viel Spaß gemacht, ein sehr ernstes Thema, das sehr, sehr bedrückend sein kann, wenn man überlegt, okay, so läuft das tatsächlich oder so kann das tatsächlich ablaufen. Das ist was, was eigentlich nicht sein darf im Sinne Gerechtigkeit und ich bin ja eh so ein bisschen ein Gerechtigkeitsliebender, da wird's einem schon anders. Deswegen, ich fand ihn sehr cool, von mir kriegt er 8,5 von 10. Ich finde auch, das ist ein Film, der durchaus bei den Oscars Chancen hat, sowohl Nebendarsteller als auch Regie natürlich oder vielleicht sogar als Ganzes, als bester Film. Was mich jetzt bloß noch ein bisschen, ja, ein bisschen Salz in der Suppe ist bei mir die Länge, weil das schmälert bei mir so ein bisschen die Möglichkeit, dass ich mir den wieder gern mal angucke, weil das doch ein ganz schönes Brett ist mit irgendwie zwei Stunden oder so. Deswegen bekommt der Film von mir 8 Punkte, aber ich fand's extrem sehenswert und bin gespannt, wie er sich dann so in der Awards-Season schlägt, so Golden Globe und Oscars natürlich. Mal sehen, wie auch immer das dieses Jahr abläuft. Oder wahrscheinlich als Zoom-Konferenz oder so laufen. Wahrscheinlich wie die Golden Globes oder was war das? Die European Awards, das war ja ganz nett gemacht mit Stephen Gätschen da, wo so ein paar Leute mit Abstand da sitzen hatte und sie haben über die Filme gesprochen und haben dann immer jeweils die Regisseure und Schauspieler zugeschaltet über Zoom. Und man konnte dann immer so ein bisschen gucken, wie wurden die da und so. Das fand ich echt cool. Ja, was erwartet uns denn nächste Woche, Chris? Das ist jetzt eine verdammt gute Frage, was gucken wir jetzt nächste Woche? Also, soll ich das wieder übernehmen? Ja, ich glaube, Kate hat das besser im Griff hier. Ja, ich glaube, ich auch. Also, morgen schauen wir uns einen ganz tollen Film an auf Netflix, der heißt Wir können nicht anders. Ein Film von Dead Left Book, den hat der Erik ausgesucht. Und nächste Woche gibt es einen Tipp schon mal, da kann man schon mal raten, welcher das sein wird. Und zwar lautet der Tipp, du glaubst, du kennst diesen Mann. Du glaubst, du kennst diesen Mann. Ich habe da noch einen Bonus-Tipp. So heißt auch eine Waffe bei Fallout. Echt jetzt? Ja. Nun denn. Aber die schmeiß ich immer weg, die ist zu schwer. Okay, ich habe noch einen Film geschaut, wenn ich es finde hier. Doch hier. Und zwar auf Sky habe ich einen Film geschaut, da hatte ich in Erinnerung, den wolltest du unbedingt mal sehen, Erik. Der ist dir wärmstens empfohlen worden vom Chris und jetzt habe ich das mal geguckt. Äh, nein. Doch. Ich kann mich erinnern. Wärmstens empfohlen. Nein. Ich spule mal zurück. Den musst du gucken. Nein. Nein. Also, ich habe ready or not, auf die Plätze, fertig, tot, ist der deutsche Zusatz. Nein. Was denn? Ich habe nie gesagt, den musst du gucken. Echt? Nein. Nein, garantiert. Ah, okay, liebe Hörer, ihr wisst da Bescheid, wer hier recht hat, ne? Ähm. Also. Du, 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 du. Jetzt lass mich doch mal erzählen. Also, ready or not, ähm, geht's darum, wir lernen eine junge Braut kennen, die sich gerade so ein bisschen, ähm, ja, vorbereitet hat, oder vorbereitet auf den Hochzeitstag und dann wird so ein kleiner Schnitt gemacht, äh, weil dann ist sie nämlich in dem Haus ihres, ihres Ehemannes und der, die wohnen in so einem, ja, so viktorianisches Anwesen oder so, also alles sehr, sehr düster gefilmt und so und, ähm, wir lernen dann, wir haben so denselben Wissensstand, wie diese junge Braut, ähm, wir erfahren dann, die Familie, in die sie eingeheiratet hat, die ist wohl offensichtlich, ähm, sehr, sehr solvent, hat sehr viel Geld und hat ihr Geld gemacht, indem sie so Spiele produziert hat, also sowas wie Ravensburger wahrscheinlich ist bei der Familie Ravensburger, sieht's da so aus, also sind ganz viele, so, so Spiele, Lizenzen, die sie haben, die richtig gut laufen und denen geht's halt gut und die sind halt auch sehr spielverrückt und sie haben ein, ein, ein Aufnahmeritual in diese Familie, das heißt, wer in die Familie kommt, der muss erstmal so ein Spiel machen, das heißt, da haben sie so ein Kästchen, sieht ein bisschen aus wie bei Hellraiser da, die, die Box, ähm, und in dieses Kästchen wird eine Karte reingesteckt und, oder dann wird so rumgezaubert und dann kommt eine Karte raus und dann steht drauf, was für ein Spiel gemacht wird und das Spiel, was sie zieht, nennt sich Hide and Seek, also Verstecken und sie soll dann halt Verstecken spielen, dumm nur, dass dieses Versteckenspiel, ähm, noch eine zusätzliche Komponente beinhaltet, nämlich, ähm, also sie wird das nicht überleben, also der, wenn, wenn sie gefunden wird, ist sie tot, das muss sie halt relativ schnell erfahren auch, denn, ähm, die Hasher sind ja auf der Spur mit Waffen und, ähm, die, es, es passieren nur sehr viel so Friendly Fire und, äh, irgendwie selbst Tötungen durch unsachgemäße Bedienung von Waffen und sonst was alles bei der Familie, also sind da offensichtlich nicht so sehr geübt da drin, obwohl man am Anfang so eine kurze Szene aus der Vergangenheit gesehen hat, aber sie durchschaut das relativ schnell und ruft sich dann auch mal so die Ärmel und den, die Schleppe von ihrem Hochzeitskleid ab, damit sie sich da besser bewegen kann und fängt dann auch an, sich zu verteidigen und, ja, habe ich eure, eure Erinnerung wieder zurückgebracht damit, könnt ihr. Selbstverständlich. Ja. Leider. Ja, wir haben diesen Film am 8. September 2019 erst im Kinocast besprochen, äh, nur der Erik hatte ihn nicht gesehen zu dem Zeitpunkt und ich erinnere mich, dass der Chris den sehr schlecht bewertet hat, ähm, und, äh, deswegen kann ich mir schwer vorstellen, dass sie dir den Film empfohlen hat. Okay, dann war es, war es so schlecht. Ich habe ihn mal recherchiert. Ne, ich habe ihn besser bewertet, glaube ich, ja. Ich gucke da mal rein hier, was haben wir denn da? Folge 581, richtig? Chris hat drei Punkte gegeben. Ja. Zwei, vier. Kate hat sechs Punkte gegeben. Okay. Also ohne Scheiß, Leute, ich liebe diesen Film. Der ist super. In dem Fall habe ich ihn dir natürlich empfohlen. Ey, ich fand den so super. Also, das ist ja absolut, das, also, herrlich. Also, einfach so im Horror-Genre, äh, wo ich mich ja sehr gerne bewege. Ey, das ist ja so ein wunderbarer Film. Ähm, also, wie der so gemacht ist, erst so diese, diese gruselige Familie, dann so dieses, ähm, ja, diese, dieses Friendly Fire, diese dappischen Leute, die sich da selber erschießen, dann irgendwelche, irgendwelche Diener erschießen und die werden dann auch weniger oder, äh, ey, und, und sie muss sich dann so verteidigen. Das hatte so ein bisschen was von Ripley auf dem Alienraumschiff und so, wie sie sich dann so über sich hinauswächst und, äh, dann auch extrem hart zurückschlägt und so. Ey, ich, ich, ich liebe diesen Film. Der ist so super. Ich muss mir den auf Blu-ray holen. Ich muss den noch ein paar Mal gucken. Also, ich, ach, Gott. Ey, vielleicht hat er dich auf dem falschen Fuß erwischt in der Sneak, aber. Nein, also, du, du hast da gerade schon so die Punkte auch gesagt und ich erinnere mich da tatsächlich immer noch dran. Also, zum einen, die Schauspielerin Samara Weaving sieht einfach aus wie Margot Robbie. Also, ich habe die ganze Zeit gedacht, ey, das ist doch Margot Robbie. So, ey, das ist doch Margot Robbie. Das ist doch Margot Robbie. Das ist doch gar nicht Margot Robbie. Ähm, das war das eine. Und, 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 wie du jetzt gerade so sagst, ja, unsachgemäße Benutzung von Waffen. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass die dieses Ding machen, aber sie stellen sich tatsächlich anders, ob es das erste Mal wäre. Ja, manche sind ja neu dabei. Die haben noch nicht so oft. Aber die machen das doch, glaube ich, nur, wenn jemand in die Familie einheiratet. Also, kommt das wahrscheinlich nicht ganz so oft vor. Weil der muss sich ja dann quasi beweisen irgendwie. Und dann dieses herrlich absurde Ende. Also, ich fand das echt super, diesen Film. Also, wenn man sich so in diesem B-Movie-Horror-Genre, wenn man das mag, so ein bisschen dieses Unperfekte, dieses Verwirrende, dieses Bloodshed, Bloodshed, wo einfach mal so irgendwie sinnlos irgendwie Sachen passieren, wo irgendwie die Köpfe dann durch die Gegend gerollert werden. Und, ey, es ist so super, der Film. Ja, aber jetzt hast du schon was gesagt. B-Movie. Und ich glaube nicht, dass der Film sich als B-Movie sieht. Oh, ich weiß nicht so. Ich glaube, der sieht sich als... Du, wenn es ein A-List-Movie gewesen wäre, dann hätte er doch schon ein paar bessere Darsteller irgendwie gehabt, ne? Mal Adam Brody. Ah, ja. Andy McDowell. Ja, gut. Okay, Andy McDowell mal wieder zu sehen in dieser abgefahrenen Rolle. Ich fand, das hat einfach alles so gepasst. Und Margot Robbie. Wie Arsch auf Nachttopf hat das gepasst. Also, das war echt cool. Ich mochte den Film. Vielleicht muss man den auch zu Hause gucken, in der Ruhe oder so, und nicht im Kino irgendwie was Tolles erwarten. Ja. Allein der deutsche Titel ist einfach schon eine Frechheit. Ja, okay, der deutsche Titel, der ist Banane. Aber ich... Ich hoffe, die Plinte fertig. Das ist ein Horror-Comedy-Mystery-Film, wie er hier bei IMDb genannt wird. Ich fand den so super. Also, wer den noch nicht kennt, wer auch so ein bisschen Mut zum Trash hat, ähm, guckt den mal an. Also, bei mir kriegt der Film auch irgendwie in diesem Bereich acht Punkte. Ich mochte den sehr. Oh Gott, deswegen. Ich mochte den echt sehr. Ich werde den auch mal wieder gucken. Ich fand den so super. Ja. Ich fand den auch nicht komplett blöd. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass dir der gut gefallen hat. Wann hatten wir den, ähm... Am 9., nee, 8. September. Ja, am 8. September. Ach, da war ich noch im Urlaub, sehe ich hier auf dem Bild. Ja. Manchmal, ja, manchmal ist halt auch die Zeit, ne, wenn man dann gerade den später irgendwie nochmal sieht oder so. Ja. Ja. Okay. Ähm, ich habe ja noch so einen schlechten Film geguckt, ähm, nämlich The Brain auf Schlefatz. Das war quasi das Staffelfinale der, der Schlefatz-Staffel, der, der Weihnachtsfilm mit dem Gehirn, was ich ja letzte Woche schon mal erwähnt hatte. Ich glaube, da muss ich nicht sehr ausholen. Da gibt es so ein, so ein Gehirn, das ist in so einer Forschungseinrichtung. Und, ähm, ja, das sendet so telekinetische Wellen aus und dieser verrückte, dieser verrückte, ähm, Professor, der übrigens den Re-Animator gespielt hat in den alten Horrorfilmen hier, Re-Animator in The Bride of the Re-Animator, äh, der spielt diesen verrückten Professor und ist eine Direct-to-Videoproduktion gewesen damals, der sollte gar nicht ins Kino kommen und er war auch einfach so schlecht, dass er einfach nicht ins Kino hätte kommen können. Und der Professor stellt halt fest, so, hey, ja, über, über, ja, der hat dann so einen lokalen, in so einem lokalen Fernsehsender, äh, kann halt nutzen, wo das, äh, Gehirn die Wellen übertragen kann, wo dann die Leute irgendwie was, ähm, dann machen, da bringt halt so eine Frau ihren Mann um und sonst was alles, ne. Aber er hat halt die Chance dann doch mal ins größere Network reinzugehen und, ähm, damit das Gehirn noch größere Verbreitung von seinen Wellen auslösen kann, seinen Schaden, äh, über die Menschheit bringen kann und das will er natürlich nutzen. Und parallel wird noch so eine Geschichte erzählt von so einem Jungen, der in der Schule ein rechter Tausendsasser ist, der dann zum Beispiel mal irgendwelches Nitrat in, äh, Ne Natrium in die Toilette, die dann explodiert und so. Und dieser wird dann zu diesem Professor geschickt, der dann ihn mal auf den rechten Weg zurückführen soll, der mal sein Gehirn untersuchen soll und dem war das dann, soll das alles angehängt werden und so. Ja, war, äh, ziemlich Banane wie, wie alle diese Filme, aber ich hatte auch ein bisschen Spaß gehabt, was ich echt krass fand, was ich so noch nie irgendwie gesehen hatte, ich kann mich ja erinnern, äh, so in den 90ern, wenn wir versucht haben, irgendwie die Videos, die VHS-Kassetten irgendwo aus Österreich, Uncut, äh, zu importieren, äh, wo im deutschen Fernsehen irgendwie alles geschnitten wurde. Der Film lief ja jetzt am Freitag im deutschen Fernsehen auf Tele 5, halt ab 22 Uhr, aber ist meines Erachtens zum ersten Mal, dass ich im Film, äh, im Fernsehen gesehen habe, wie jemand mit einer Kettensäge zerteilt wird, also so richtig schön, so, also richtig, ist mir so noch nie bewusst gewesen, also wenn früher. Möchte man das sehen? Ja, es war halt alles so, so Comedy-mäßig gewesen, also, so eine Frau empfängt dann plötzlich diese Wellen und ihr Mann ist draußen und hat gerade Holz und daneben liegt die Motorsäge und siehst du voll, dass es, äh, nur eine Puppe ist, die dazu sägt wird, aber, ähm, das war damals immer so ein K.O.-Kriterium, wenn dann die Filme absolut beschlagnahmt und durfte überhaupt nicht gezeigt werden und sonst was und, aber jetzt sieht man es mittlerweile im Fernsehen, ne, krass. Also, war ganz nett, äh, ist jetzt erst mal vorbei, Schläferz, also ihr habt da jetzt erst mal genug von meinen Ausschweifungen hier in diese Richtung. Das ist doch immer ganz lustig, wenn du davon erzählst. Ich kann aber Schläferz echt empfehlen, das ist super. Okay, das war dann auch schon der, die, die Filme für diese Woche und warum steht jetzt ja eigentlich Ready or Not nochmal drin? Egal. Hä? Ja, weil ich ihn ja auch gesehen hatte. Hammer, achso, ich hab, äh, eine kleine, News. News. Es gibt ja die IMDB, quasi so die Anlaufstelle für, für Film, ja, Film-Nerds, die mal was nachschauen wollen, wie lief irgendwas ab und es gibt ja mittlerweile auch diverse andere Projekte, wo man, es gibt zum Beispiel eine, eine Waffen-Database, wo man nachschauen kann, welche Waffen wurden in bestimmten Filmen verwendet und, ähm, ich hab jetzt durch Zufall, weil ich nach einem bestimmten Film gesucht hab, eine, eine Datenbank entdeckt, die heißt imcdb.org, also internetmoviecardatabase.org, da kann man nachschauen, in was für Filmen oder wenn, wenn man den Filmtitel weiß, kann man nachschauen, welche, welche Autos wurden in diesem Film XY gefahren und umgekehrt, wenn man bestimmte Autos sucht, was weiß ich, guck jetzt mal hier, VW oder so, oder ist hier so eine Volkswagen oder so, ja, Volkswagen D213, kann man schauen, äh, genau nach einem Typ, wenn man jetzt guckt, was weiß ich, Golf sowieso, äh, in welchen Filmen dieser, dieser Golf zum Beispiel auftaucht oder so und fand ich eigentlich ganz nett, hab ich da mal ein bisschen rum, umgesucht, ach guck mal, E-Golf gibt's hier sogar, E-Golf, in welchen Filmen? Mhm. Ei, ei, ei. Profilage, Flicken Rotterdam, Bananafisch, Seal Team, hier, in der Serie, ja, äh, fand ich mal ganz nett, zum, zum Room Brausen und ich hab da nämlich mal auch geguckt hier bei, was weiß ich, Once Upon a Time in Hollywood, was die so für Autos hatten und bei diversen anderen, kann man sich mal ein bisschen drin verlieren, imcdb.org, ich werd's mal mit verlinken, äh, für die, die's vielleicht auch noch nicht kannten, die Seite, wie ich, ich bin da eher so über eine Rückwärtssuche dazu gekommen, ich hab bei Google nach einem Filmtitel gesucht und dann hat er mir das als Suchergebnis gebracht und hab ich plötzlich gesehen, was in diesem Film alles für Autos gefahren worden und hab mich da so ein bisschen verloren, wie's einem manchmal so bei Wikipedia geht. Okay. Dann gehen wir gleich mal weiter zu den Serienbereichen. Serien. Und, ähm, hatten wir jetzt eigentlich schon mal über Undoing gesprochen? Haben wir, letzte Woche, glaub ich. Ja. Hatte ich das da schon komplett gesehen gehabt? Nein. Nee. Ich hab auch noch nicht, da hatten uns, glaub ich, also mir hatten da noch die zwei letzten Folgen gefehlt. Hast du mittlerweile alles gesehen? Ja, natürlich. Ich glaub, spoilerfrei kann man sagen, wir können's bedenkenlos empfehlen, oder? Absolut. Also, das ist ja der Wahnsinn. Sehr geiles Ende vor allem, also, muss ich echt sagen, bei diesen Miniserien bin ich meistens von, von dem Ende dann sehr enttäuscht oder, oder sagen wir mal, ich hab's dann so erwartet, ähm, aber die Undoing hat das echt richtig gemacht. Ich hatte nicht damit gerechnet. Erst in dem Moment, als das passiert ist, hab ich gedacht, ah, okay, klingt irgendwie logisch. So, macht Sinn. Also, aus seiner Sicht macht es Sinn. Und, ähm, das hat mich, äh, doch, äh, ja, angucken. Sehr gute Serie. Ja, ich denke auch, wir werden die in der Award Season durchaus noch ein, zwei Mal wieder treffen. Ja. Ähm, beste Darsteller, beste Regie oder so. Also, also, das Ende fand ich auch extrem gut. Das war so ein, so ein Herzschlag-Finale auch, ne? Ja. Also, hat mein Uhr wieder gewarnt, so, Achtung hier, vielleicht mal ein bisschen entspannen oder so. Ähm, also, The Undoing gibt's gerade auf Sky. Oder, ich denke mal, auch in diversen anderen Streaming-Diensten. Wir werden auch demnächst bei Fortsetzung folgt nochmal ausführlich drüber sprechen. In der, nicht in der nächsten Folge, aber in der übernächsten auf jeden Fall. Da könnt ihr dann auch nochmal reinhören. Und jetzt gucken wir mal in das Staffelfinale von The Mandalorian rein. Und da werde ich mal kurz einen Spoiler setzen. Achtung, Spoilerwarnung. So, das ist jetzt diesmal eine extreme Spoilerwarnung. Ich wollte gerade sagen, wenn eine Spoilerwarnung angebracht ist, dann bei dieser fucking geilen Folge. Unfassbar. Ja. Ah. Genau, ich habe ja dann auch extra mal vorsichtig, normalerweise habt ihr die Folge immer schon eher geguckt als ich. Und ich musste da mal vorsichtig anfragen, ob ihr es schon gesehen habt. Damit ich da nicht irgendwie in Fettnäpfchen trete, wie letztens hier, wo mir Schläge angedroht wurden. Und haben wir gerade den Chris verloren? Nein, nein, nein. Dir wurden keine Schläge angedroht hier. Gebrochene Arme. Ja, ja. Das ist was anderes. Also, ich muss dich nicht schlagen, um dir in den Arm zu brechen, mein Freund. Das machst du mit einem Roundhouse-Kick. Ja, und das ist auch kein Schlag, das ist dein Kick. Gleich beide Arme auf einmal, knack. Ja, so ein schöner Roundhouse gleich mal in die Fresse und so. Zurück zum Thema. Mandalorian, Staffelfinale, Staffel 2. Was ist das, die Episoden-Nummer? Keine Ahnung. Also die... 16. 16, ja. Also 2x8 sozusagen. Unglaublich. Kapitel 16, ja. Also, ja, wo fängt man da jetzt an? Also, der Mandalorian begibt sich ja, oder Mando begibt sich ja auf den Weg zu diesem Raumschiff, zu diesem, ähm, von dem Bösen halt, von... Von Moff Gideon. Moff Gideon. Ach, erklär du mal, genau. Nein, der kriegt doch nicht gerne. Der ist das Star Wars-Mensch. Also, wir erinnern uns daran, dass Moff Gideon ja mithilfe der Dunkeltruppen, äh, Grogu, den weitläufig bekannten Baby-Yoda mitgenommen hat, weil er ja an sein Blut möchte. Und deswegen möchte ja hier, äh, Jin, Jin Jardin, Jin Jardin, also der Mandalorian Mando, möchte ja den zurückholen und ihn wieder bei sich haben. Und wir haben ja auch in der Folge da davor, also in der letzten Grogu-Folge genau noch mitgekriegt, so, ja, hier, ähm, ich rufe noch die Jedis, wo, was weiß ich, sein sollte. Und es kam tatsächlich so, wie, wie, wie erwartet. Also, der Mando schnappt seine Crew um sich rum, also nimmt Cara Dune mit, äh, bündet sich dann auch noch mit den beiden, ähm, anderen Mandalorianerinnen mit Bo-Katan und mit, äh, Koska Reeves, also mit Sascha Banks und, äh, Katie Sackhoff. Und macht sich dann eben auf die Befreiungsmission von... Mit Boba Fett, der ist auch dabei. Ja, jetzt... Macht sich auf die Befreiungsmission, auf die Befreiungsmission von Grogu. Und da wir ja wissen, dass das Schiff von Mando in der vorletzten Folge, oder drittletzten Folge, äh, in die Luft gesprengt wurde, nimmt dann natürlich auch, äh, die Hilfe und die Dienste von Boba Fett, der auch da ist, in, in Anspruch. Und dann haben wir also vier Mandalorianer, plus dann noch, ähm, die Scharfschützin, deren Namen mir gerade entfallen ist, äh, wo auch noch mit dabei ist. Ähm, Gott, wie hieß sie? Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich guck nebenher nach. Und, ja, sie können sich tatsächlich einschmuggeln ins, äh, auf das Schiff von Moff Gideon. Und dann beginnt eben der epische Kampf, wie es Fennec, Fennec Shent, Ming-Na-Wen, Fennec Shent, äh, beginnt eben der Kampf um, ja, um Grogu sozusagen, oder um die Rückholaktion von Grogu. Und die wird unfassbar episch. Also, es ist ja nicht nur so, dass diese, diese Dunkeltruppen, äh, unfassbar mächtig sind. Also, eine Dunkeltruppe, die kämpft gegen Mando, während der Rest irgendwie da Ablenkungsmanöver startet. Und das ist schon super heftig, wie, wie die denn, wie, wie diese Truppe eigentlich Mando herdappt. Also, das ist schon holla, die Waldfee. Ähm, und wenn man dann noch daran denkt, dass da eigentlich ein ganzes Lager von denen unterwegs ist, kann es ab schon anders werden. Aber, sag mal, habt ihr das eigentlich auf Englisch geguckt oder auf Deutsch? Auf Deutsch. Ich hab's auch auf Deutsch geguckt. Aber ich hab mir manchmal gedacht, Dunkeltruppe, dass die das einfach Dark Trooper, also quasi als ein, oder wie, ich muss mal nachgucken. Ich wollt's nochmal auf Englisch gucken, ob die das Dark Trooper nennen. Also, auf Englisch muss ich's auch auf jeden Fall nochmal. Dann ist Stormtrooper und Dark Trooper, also nicht Dunkeltruppe, sondern der Dunkeltrupper oder so. Ja. Aber ich hab auch gedacht, die sind eigentlich total so robotermäßig, aber der ist sehr agil gewesen, ne? Ja, aber das war ja genau das, was sie auch gesagt haben. Die letzte Schwachstelle darin wurde auch eliminiert in diesem Truppler, also der Mensch. Und dann auch der Kampf von Moff Gideon gegen Mando mit dem Dunkelschwert und solche Sachen so. Alter Verwalter, das war auch Star Wars in seiner reinsten Form. Und dann eben kommt's zum Showdown auf der Brücke vom Schiff. Und ja, dann kommt der Teil, den man nicht spoilern sollte, oder? Nein, das sagten wir nicht, oder? Ich hab noch gedacht so, ey, wende dem doch nicht den Rücken zu, ey. Wo der da das Baby nehmen wollte, ne? Ja, das war, das wussten wir alle. Wende dem nicht den Rücken zu, nein, nicht. Ja, aber gut, dass er die Lanze hatte, die er da mal auf dem Planeten bekommt. Ja, ja, genau, aber man kann echt sagen, also das Ende dieses Kapitels oder dieser Staffel war episch. Es war sehr, sehr emotional. Ich kenn Leute, die geweint haben, ich kenn Leute, die geschrien haben. Äh, und was John Favreau und Dave Filoni, der da mitgemacht hat bei der Folge, was denen da mal wieder geglückt ist. Ey, also, boah, die haben das geöffnet, dieses Star Wars Universum für alle Zeiten. Die haben das so aufgemacht und das ist so unfucking fassbar geil. Meine Fresse. Also, ich hab auch mit Leuten geschrieben, die ein bisschen kritisch dem ganzen Gegenüber standen, so, ja, ne, 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 ja, weiß auch nicht. Selbst die waren spätestens nach dieser letzten Folge völlig hin und weg und haben gesagt, alles klar, das passt megamäßig rein. Äh, passt, passt unglaublich gut in dieses ganze Ding rein und macht so viele Möglichkeiten. Auch, wenn wir den Abspann, unbedingt den Abspann bis zum Ende gucken. Es gibt noch eine Post-Credit-Szene, äh, die durchaus wichtig ist. Und, ach, leck mich am Popper, say. Also, ich bin, ich hab jetzt den dritten Tag in Folge, wo ich nachher nochmal die Nachricht schreiben werde, was da passiert ist jemandem, weil ich's einfach nicht glauben kann. Ja, ja, was ich auch, ähm, hervorheben möchte, der Regisseur dieser Folge ist der, der Ant-Man gemacht hat, den Film, und Ant-Man and the Wasp, Peyton Reed. Und, das, äh, die Art und Weise, wie, wie er Regie führt, mag ich auch eigentlich sehr gerne. Ich fand auch hier sehr schön, ähm, wie man diesen Jedi, wie er ankommt, wo, alter, okay, jetzt kommt der Jedi an, ne, also, da kam ja dieses Raumschiff an und so, ne. Wer, wer ist das jetzt, wer ist das jetzt? Und dann, ja, fight, fight, fight. Ja, klar, dass die denen nicht gleich am Anfang zeigen, wer das ist und so. Jeder überlegt dann, hm, ich hab auch so, ich saß da. Jetzt bist aber du gewaltig im Spoilern drin hier. Wieso, wir sagen ja nicht, wer es ist. Du, wir haben einen Spoiler-Talk, also, ich sag mal, wer, äh, du kennst das ja selbst, also, wer das noch nicht gesehen hat, der hat jetzt hier übersprungen, also, weil, das willst du dir nicht verderben. Deswegen können wir ruhig drüber reden, weil, das siehst du sogar im IMDB, äh, wenn du die Folge aufrufst, siehst du unten sogar bei den Schauspielern dabei, um wen es sich handelt. Ähm, jedenfalls fand ich's schön, wie es aufgebaut war, so, ah, wer ist das? Und wir saßen hier, also, mein Kleiner guckt das ja mit, ne, der irgendwie, der hat ja, äh, ich hab ja jeden Freitag hier im großen Fernseher oben das geguckt, ne, und am Anfang hab ich nur gesagt, ja, mal gucken, ob das was für den Kleinen ist und so, aber, ja, kommt damit soweit klar, so, wenn halt irgendwas ihm gruselig ist, macht er, hält er sich die Hände vor den Augen, ähm, aber hier hat er auch voll dabei, hab ich gesagt, jetzt müssen wir mal gucken, wer das ist hier, der Jedi und so, ja, hm, wollen wir doch auch mitgucken und so. Ja, ja, und, ähm, war natürlich dann extrem gut gemacht, wie das aufgebaut war und auch dann so die Verabschiedungsszene, dann, oh, war sehr emotional, wie er dann Baby Yoda abgibt an den Jedi und so. Also, ich fand den Auftritt von dem Jedi auch sehr, sehr geil, vor allem, du hast dann, du hast, wenn du nicht weißt, wer das ist, du versuchst drauf, auf Bewegung zu achten, wie läuft der, wie bewegt der sich, dann kam, dann kam die Farbe des Laserschwerts und dann war es für mich fast klar, wer es ist. Ja, dachte ich aber auch, das wäre ein Fall. Und dann wurde es, und dann wurde, und es war immer, ich, in mir ist so eine, so eine, so eine Stärke, so was aufgestiegen, so ein, so ein totales Gekribbel, ich war fix und fertig und dann, und dann wird enthüllt, wer es ist und ich hab, ich gehör zu denen, die geweint haben. Und ich könnte in diesem Moment wieder losweinen, weil das so unfassbar fucking gut ist. Die machen damit Storylines auf, also nicht nur, wie es mit Krogu weitergeht oder wie es mit Mando weitergeht, auch was passiert mit dem Dunkelschwert und, 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 und diesem Ganzen. Du machst mit dieser, mit dieser, mit dieser Endszene, mit dieser Endfolge, machst du irgendwie vier neue Handlungsstränge auf. Und ich möchte alle vier wissen, ich möchte von allen wissen, wie es weitergeht. Und das ist, das musst du erst mal hinkriegen, ja. Und, also, ernsthaft, ich, ja, ich heu schon wieder, ich fand das so unfassbar gut gemacht. Also, die Enthüllung, dass er das ist, ähm, ja, das hat mich jetzt nicht so, ich dachte, what? Mich hat das unglaublich glücklich gemacht. War eher so die, die Verabschiedung da, wo, 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 wo er dann so sein, den Baby Yoda, wo er dann nochmal den Helm abnimmt und er streichelt nochmal das Gesicht und, äh, so, das ist, das fand ich sehr schön gemacht, so. Ja, da wird es sehr spannend zu sehen, wie, wie es dann weitergeht. Ich denke mal, das hat ja einen überragenden Erfolg, diese Serie, ähm, und da wird es auf jeden Fall irgendwie weitergehen. Hauptsache, die fucken es nicht irgendwann ab, ähm, dass er dann irgendwie meinen. Ich mache mir relativ wenig Sorgen, also, wenn ich daran denke, dass ja, äh, John Favreau es mit Sicherheit auch da weitermachen wird und der sich einfach sagt, okay, das ist nicht mehr meine Serie, da mache ich mir extrem wenig Sorgen. Genauso wie um die Ashokatano-Serie, wo er auch die Finger drin hat. Und ich freue mich natürlich jetzt auch auf die, ähm, auf die Obi-Wan-Serie. Okay, da freue ich mich, Obi, wahnsinnig drauf. Gedauert, bis der kam, aber okay. Äh, muss erst mal suchen. Das ist nichts Falsches, sag ich. Naja, nee, also, Disney Plus, ey, Hammer, ey. Okay, bloß, äh, hat so viel auch Kinomaterial hier, ne, aber, ähm, ich finde es gut, dass, ähm, ja, hatten wir, glaube ich, schon mal das Thema, äh, Star Trek war ja immer so diese typische Serien, Serie, äh, und im Kino hat es immer nur so, naja, manchmal hat es gut funktioniert, manchmal eher weniger. Während Star Wars hat im Kino eigentlich fast immer gut funktioniert, also zumindest vom Einspielergebnis, die, äh, die Filme blieben teilweise etwas hinter ihren Erwartungen zurück, auch was die Story angeht, manche jetzt, ähm, gerade so die, der, der Reboot von, ähm, Episode 1 bis 3 und so, war da ein bisschen fragwürdig. Aber, finde ich gut, dass sie jetzt auch eine, eine Serien, ein Serienformat gefunden haben, neben diesen animierten Serien, was halt sehr gut funktioniert und das ist einfach nochmal ein ganz anderes Level. Sehr, sehr schön. Ja, definitiv. Toller Abschluss. Macht echt Lust auf mehr. Schön vor Weihnachten den Abschluss gefunden, ähm. Finde ich katastrophal, dass da jetzt gerade erstmal nichts kommt, über ein Jahr lang. Geht gar nicht. Wieder ein Grund zu weinen. Wollt gerade noch einen kleinen, kleinen. Disney Plus, was ist da los? Wollt gerade noch einen kleinen, kleinen Bogen schlagen zu, äh, der anderen Sternenserie, nämlich Star Trek, ähm, da fand ich die, fand ich das Staffelfinale nicht besonders. Ah, das ist das Staffelfinale? Ja, sicher. Diese Doppelfolge quasi jetzt. Ja, genau, also ich denke mal, es war... Ich wollte dich nämlich noch fragen, wo du die, wie du die fandest, weil ich jetzt die letzten zwei Folgen mit diesem Ausflug in dieses Spiegeluniversum irgendwie voll blöd fand. Das fand ich, das ging mir ganz genauso. Ähm, hat mich voll gelangweilt, dieses, ähm, das zu sehen auf diesem Faschistoiden, äh, wie das in dieser Faschistoiden-Gesellschaft da weitergeht mit, 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 ja, was weiß ich, mit Intrigen und sonst was. Und ich mochte es sehr, dieses, ey, wir sind jetzt hier 500 Jahre in der Zukunft, wir können alles machen, was wir wollen, wir haben, und jetzt, ja, okay, jetzt ist die da wieder und kann da was fixen und so. Also, ich glaube, vielleicht war das, um, um die Figur rauszuschreiben. Ja, wollte ich, wollte ich gerade sagen, es war halt eine Verabschiedung, äh, wo sie nochmal alles zeigen konnte und auch verschiedene Figuren auch nochmal von einer völlig anderen Seite gezeigt werden, das war ja halt in diesem Spiegeluniversum. Und, ähm, ja, diese, was ich mir ein bisschen gewünscht hätte, dass diese Existenz auf diesem Planeten, dass die eher so ein bisschen Q-förmig, ähm, sag mal so, vom Habitus, das war ja eher so ein Q, der da saß, das wurde ja nicht erklärt, aber man hätte dann durchaus mal so ein bisschen Richtung TNG mal sagen können, ah, hier oder so. Aber, na gut, ähm, ja, ich, 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 ich glaube, es war jetzt die letzte, oder? Oder war es nicht? Ich, keine Ahnung, ich, also, wenn das das Staffelfinale war, bin ich ein bisschen traurig. Lass mal gucken. Ich bin ja gerade in der IMDB, also, ich hoffe, ich bin nicht in der Car-Database, sondern, äh, Staffel 3 war das, ne? Ja. Ja. Staffel 3? Ach nee, da kommen noch. Bis jetzt? Da kommen noch. Ich wollte gerade sagen. Da kommen noch drei. Okay, also, alles wird gut. Ja. Ähm, die eine kommt am ersten Weihnachtstag, am 25., okay, da steht noch schon. Weil, normalerweise wird's dann, steht dann auf Netflix dran, die, jetzt die gesamte zweite Staffel oder dritte Staffel gucken, aber da steht wöchentlich, immer noch wöchentlich eine neue Folge. Bei mir steht jedes Mal, wenn die Folge zu Ende ist, jetzt wieder Staffel 1, Folge 1 anfangen. Ja. Hm. Okay, also, da kommt noch was, ähm, also, da haben wir, haben wir einen kleinen Downer gehabt, jetzt hier mit den zwei Folgen, die echt irgendwie bäh waren. Aber ich sehe so gerade hier in den Bewertungen hier, die ist auch ein bisschen, naja. Okay, dann sind wir mit den Serien soweit durch und kommen mal zu den Rätseln. Heute ist der Chris dran, hab ich gehört. Heute ist der Chris dran, der Chris ist voll vorbereitet. Hey, sehr gut. Ja, und zwar geht es heute, Schanauze, heute geht es um, äh, um den Schauspieler, den wir in unserem Eröffnungsfilm heute hatten, nämlich um Eddie Redmayne. Und ihr seid ja bestimmt die absoluten Eddie Redmayne-Experten. Und deswegen möchte ich nämlich von euch wissen, welche Schuhgröße, nein, Spaß. Fantastische Tierwesen, Harry Potter. Ähm, nein. Und zwar hatte Eddie Redmayne einen sehr berühmten Klassenkameraden. Und ich möchte von euch wissen, wer war der Klassenkamerad in der Schulzeit? Äh, ich gebe noch vor, im, im College, in dem Fall sogar in seiner Schulzeit, von Eddie Redmayne. Okay, möchtest du anfangen? Du bist doch da, Sattelfester. Äh, pff, gute Frage, nächste Frage. Es muss ja jemand sein, der in seinem Alter ist. Ist meistens so, wenn, äh, äh, ähm, okay, und es muss ein Engländer sein. Sherlock, no shit Sherlock. Okay, ist es ein, nein, ist er, nein, ich muss die Frage stellen, dass ich ein Ja kriege, damit ich antworten kann, gell? Ja, du musst eine enge Frage stellen. Ist, äh, ähm, es ist kein Schauspieler. Richtig. Er ist Brite. Richtig. Er ist ein bekannter Brite. Er ist kein Schauspieler. Okay. Er ist kein Schauspieler. Er ist ein sehr bekannter Brite. Ja, und du hast wahrscheinlich Google bemüht, stimmt's? Nein, ich hab mein Handy nicht mehr in der Greifnähe. Ja, du nimmst über den Laptop auf. Der Hund liegt auf meinem Schoß. Die waren in einer Klasse? Okay, die waren in einer Klasse, da müssen sie gleich alt sein. Sie waren auf so einer Art Internat, oder? Äh, das weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, ja. Oh, ich hab eine Idee. Aber nee, das ist zu absurd. Aber es ist eine Privatschule, ja. Ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es auch, aber ich bekam es. Ja, dann bist du dran. Das wäre arg absurd. Ähm, ist es ein Royal? Ja. Ist es Prinz William? Ja. Ha, 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 ha. Ha, das hätte ich gewusst. Soll ich da sagen, warum? 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 Ich habe eine Ex-Freundin von mir, die hatte zwei Auslandssemester in England, hatte sie damals beantragt. Und die war auf diesem College, wo der auch war. Echt jetzt? Das wusste sie aber nicht. Also, sie hatte das beantragt und ging da hin und mit einmal Riesen, Bohei und alles. Weil da haben sich wahnsinnig, aus ganz England haben sich Mädels dort eingeschrieben, die den mal treffen wollten. Und sie war halt zufällig auch dort, ne? Aber sie hat gemeint, sie war ja ein Jahr dort, irgendwie zwei Semester und sie hat ihn nie gesehen. Okay. Krass. Aber ich wusste nämlich, ich wusste nämlich, dass die, dass die beiden, beide gleich alt sind. Die sind beide 38, sind sie glaube ich mittlerweile. Okay, okay, okay. Aber, dass die in einer Schule, es kam mir ein bisschen seltsam vor. Ist der schon 38? Ja, der ist 38. Erik, du bist einfach ein alter Sack. Der hat, jetzt habe ich Google bemüht, der hat am 6. Januar Geburtstag. In welchem Jahr? 82. 82. 82, 92, 2002. Der ist Kinder 38. Natürlich ist der 38. Hä? Natürlich. Der wird 39 im Januar. Der ist zwei Jahre jünger geprägt. Du wirst nicht nur eins, du wirst auf den Kopf rechnen. Oh mein Gott. Ey, wenn es sich beruhigt, die Tabby habe ich jetzt gelesen. In Japan wird jetzt eine Maschine entwickelt, die einem das Kopfrechnen abnimmt. Aber, das ist gut für dich dann. Das ist gut. Okay, aber ich würde dann gerne noch eine Zusatzfrage. Kann ich meinen Abakus wegtun? Ja, richtig. Zusatzfrage. Es gibt noch zwei andere Berühmtheiten, die auf der Schule waren. Wisst ihr auch noch? Oh, nee, das weiß ich. Das weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich der kleine Bruder, oder? Meine Ex-Freundin. Ja, deine Ex-Freundin. Nein, natürlich, der kleine Bruder, ja. Der kleine Bruder Harry. Und noch jemand, noch jemand war auf dieser Schule. Auch ein Schauspieler? Ein Schauspieler. Benedict Cumberbatch. Ja, aber ich hätte jetzt auch gesagt. Nein. Der von Doctor Who. Nein. Wie, ein Schauspieler in England, der nicht bei Doctor Who gespielt hat? Verdammt, ich dachte, ich erschlag einfach alles. Hugh Grant. Nein. Also Schauspieler, ja. Also ich hab eh schon gewonnen, das wird er. Bestimmtes, bekannt für ein bestimmtes Genre. Komödie. Oh, ja. Sehr bekannt. Komödie? Oder? Äh, nein. Sci-Fi? Thriller. Ja. Thriller. Auch Thriller, ja. Thriller. 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 Okay. Sehr bekannt. Ist ein Sir. Nein. Sir Ben Kingsley. Nein. Sir, nein. Dann muss es Sir Ben Kingsley sein. Nein. Ich wollte nur erläutern, warum ich gefragt habe, wenn du sagst. Ja, ja, aber nein. Ist es ein Mann? Ja. Äh. Der Vater? Nein. Und ich wette, ihr habt bestimmt schon, äh, lasst euch überlegen, fünf Filme oder sowas mit ihm gesehen. Minimum. Wer spielt jetzt bei Star Trek mit hier? Ja. Fünf Filme. Minimum. Wahrscheinlich mehr sogar. Keine Ahnung. Äh. Also er ist älter als Eddie Redmayne, ja? Ähm, das müsste ich jetzt gucken. Oder du ja? Ja, ein Jahr. Okay, er ist ein Jahr älter. Ungefähr genauso alt. Ähm. Ungefähr 38. Der wird 40. Ähm. Boah, ein britischer Schauspieler. Das ist ein bisschen, echt ein bisschen happig. Ein britischer Schauspieler, der um die 40 ist, der auch auf die Schule ging. Alter. Moment, ein, 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 ein bekannter, ein bekannter Brit, der auf die Schule ging, das hattest du innerhalb von zehn Sekunden. Jetzt geht doch mal, geht doch mal dein Harry Potter Wissen durch hier, weil viel mehr kann er ja nicht. Harry Potter ist falsch. Achso. Harry Potter ist falsch. Sag ich doch. Hab ich mir nicht mitbekommen. Also hat er eine Filmreihe mitgespielt, also so Episode, Episode eins irgendwie so oder zwei, drei, vier. Kein Star Wars. Kein Star Wars Fast and Furious. Nein. Was gab's noch? Alien. Nicht das wüsste, also das würde mich echt überraschen. Alien. Nein. Zurück in die Zukunft. Nein. Ein Brite. Ist es eine britische Filmreihe? Nein. James Bond. Daniel Craig. Nein. Ich hab gerade James Bond. Aber der ist doch um die, der ist doch in dem Alter, oder nicht? Ich hab beides mit Nein beantwortet. Ich glaub, der ist ein bisschen älter, oder? Ich hab eh schon beides mit Nein beantwortet. Jetzt lass uns doch halt mal fragen. Wie alt ist Tom Holland? Tom Holland, Spider-Man, oder was? Tom Holland. Nee, nee, nee. Ja, genau. Marvel hat er in einer Marvel-Adaption. Äh, nicht nur in einer. Steve Rogers. Also, äh, Chris Hemsworth. Nein. Bin ich nah dran? Äh, ja. Chris Hemsworth ist doch, glaub ich, Australier. Ein Engländer. Aber du bist nah dran? Thor. Ja, Chris Hemsworth ist Thor, ja. Wie in Hemsworth, oder was? Chris, wie heißt denn Captain America? Chris Evans. Steve Rogers. Chris Evans, nein. Chris Evans. Oh Mann. Nein. Wer denn dann? War er der Titelheld von diesem, also, wenn es um Spider-Man geht, war er Spider-Man, oder? Nein. Tom Holland ist zu jung. Ich gebe noch einen Tipp, er bekommt eine eigene, ähm, Miniserie auf Disney Plus. Miniserie? Wie, äh, welche? Loki! Loki! Und wer hat Loki geschickt? Ja, Tom Hiddleston! Genau. Tom Hiddleston. Yeah! Boah, das war ja ein schweres Gefühl. Ich hab beide Rätsel gelöst. Ja, bist du das nächste Mal wieder dran? Nee, sowieso. Ich setz mal. Und ganz ohne Google hier. Jetzt hab ich den Hund geweckt. Setz mal. Nein, ich hab, auf Tom Hiddleston bin ich jetzt auch ohne Google gekommen. Ach so, das andere hat sie mit Google. Ja, der zweite Vorname von Kate ist Google. Ach, leck mich doch. Okay. Und wo hast du dieses Wissen mit der Schule? Gibt's da so eine, so eine Lehrerdatenbank, wo du zu greifst, wer ist in welcher Schule? Was haben wir da so für Noten gehabt? Kannst du dir mal nachgucken? Für Kurse will ich. Ganz ordentlich. Ganz ordentlich. Warte mal ein. Eddie Redmayne war, glaube ich, da gab's ja auch so Klassensprecher und der war irgendwie Klassensprecher bei sich. Oder Stufensprecher oder sowas, hab ich mal gelesen. Das ist ja immer der, der sich am wenigsten wegduckt. Der ist es dann meistens. So, wer möchte, wer möchte. Alle drehen sich weg. Okay. Ich glaub da nicht. Wie Eltern, Elternsprecher oder so. Das ist auch immer so ganz übel. Wenn man das nicht eintritt. Bei uns, ja. Okay, cooles Rätsel. Auf jeden Fall. Mal was anderes. Fand ich sehr nett. Ich hätte mit meinem Hintergrundwissen glänzen können, aber ich bin nicht drangekommen. Das war schade. Tut mir leid. Ja, schade. Ich war zu gut. Schade, schade. Ähm, vielleicht das nächste Mal. Und jetzt geben wir euch noch ein bisschen Musik auf die Ohren für die Feiertage. Hier hab ich auch allesamt schon auf der Playlist drauf. Die standen nämlich schon rechtzeitig drin. Kate, was hast du? Ich hab von Imagine Dragons, Thunder. Thunder? Thunder? Feel the Thunder. Bum, bum, bum. So, Chris, was hast du? Ich hab von Khan mindestens zum Mond. Ich war schneller wie ihr beide. Kann das sein? Oh ja. Geil. Der erste türkische Schlagersänger, Khan. Stuttgarthausen lässt grüßen. Aber der wohnt gar nicht mehr hier, ne? Wisst ihr, wo der wohnt? Der wohnt in der verbotenen Zone. Das ist doch schon... Ja, in Karlsruhe. Karlsruhe, Karlsruhe. Ähm, aber egal. Ist trotzdem unser Homie hier. Klar. Ösch, 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 ösch. Ösch, ösch, ösch. Ösch, ösch, ösch. Okay. Ich hab ja Tickets hier, ne? Hängt bei mir hier dran. Wann war's eigentlich geplant? 17. Dezember. 20 Uhr wär's eigentlich gewesen. Da würde ich auch gerne mal hier gehen. Nee, das sind schon die Neuen. Nee, das sind schon die Neuen. 17. Dezember 21 in der Porsche Arena. Also bis dahin besteht ja Hoffnung. Könnt ihr... Gibt noch Tickets. Ähm, kleiner Tipp. Das würde ich mir angucken. Porsche Arena. Vorher waren nämlich im, äh, im Dings hier, im... In der Liederhalle. Und, ähm... Öh, Liederhalle. Dann haben sie's... Ja, gut, aber für den Künstler gehe ich überall hin. Ähm, und dann haben sie's geändert. Ähm, jetzt ist es auch in der Porsche Arena. Genau. Bisschen größer dann. Wenn wir gerade bei Özcan Kosa sind, muss ich sagen, ich habe diese Woche festgestellt, dass mir der Podcast Bratwurst und Baklava irgendwie lieber ist, als wie, äh, Alliteration am Arsch. Ich finde Bratwurst und Baklava lustiger. Ah ja. Ja, sind halt zwei Comedians, ne. Der, der Rainer Tremford ist ja eher Physiker und macht ja auch sein methodisch inkorrekt und so. Ähm, ich mag aber an sich mag ich so öffentlich-rechtlich, nicht so fett produzierte Podcast, der kommt ja von 1Live. 1Live ist öffentlich-rechtlich, ne? Genau, ja, SWR. Ne, äh, wie heißt's? WDR 1Live. Ähm, ich mag so die Sachen, die mit so einem Background kommen, weißt du, so fett im Studio produziert und so. Und reingepusht überall mag ich an sich nicht ganz so. Ich mag eher so die, wie unseren halt, wo halt Leute sagen, oh, wir haben ein cooles Thema, da was uns interessiert, darüber reden wir und so, wie Alliteration am Arsch und so. Ja, aber hat durchaus Momente, wo ich mich einfach nur kaputt lache. Deswegen, äh, ich höre, ich höre es wegen den beiden auch, den, sonst, wenn die beiden nicht dabei wären, Bielendorfer und Özcan Kurs hat das nicht machen, dann würde ich es nicht hören. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, Bielendorfer ist einfach nur ein Fischmeck. Ey, der hat schon Kartoffel. Ach, komm, das ist echt cool. Ja, sehr geil. I love it. Ich habe hier zwei Tickets an der Wand hängen, Bastian Bielendorfer. Zwei, für zwei Veranstaltungen. Einmal Freiberg am Neckar ist natürlich ausgefallen, wurde diverse Male verschoben und einmal Stuttgart. Und, ja, ach, Mann, 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 wenn das wieder losgeht hier, hei, 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 mit den Veranstaltungen. Aber gut. Geh mal hin, wenn es kommt. Genau, habt ihr noch eine Empfehlung für unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer, wer noch ein Last-Minute-Geschenk sucht, wer jetzt die Folge hört am Sonntag, sagt, okay, ich muss noch Weihnachten was kaufen. Ja, finde ich ganz toll. Ich fände es super, wenn man zum Beispiel über Patreon den Kinocast unterstützt. Und sagt, hey, ich habe in deinem Namen 20 Euro an eine Kinocast gespendet. Fände ich total schön. Oder natürlich, man könnte alternativ auch auf meine Amazon-Wunschliste gehen und mir auch eine kleine Freude machen. Okay, ich habe tatsächlich einen Vorschlag. Ich habe nämlich zugeschlagen bei was vor ein paar Wochen, habe etwas gekauft hier für zu Hause. Und die Reaktion zu Hause war erst mal so, oh, was soll denn der Scheiß? Ey, Papa, ey, was hast du denn da wieder gekauft und so, ne? Wir brauchen nicht noch ein Kind. Braucht kein Mensch, genau. Da war dieser kleine Äthiopier hier. Aber nee, ähm, nee. Boah, Erik, daneben. Und meine Frau auch so, nee, was soll denn das? Und braucht kein Mensch. Und mittlerweile hat sich das Blatt gewendet. Also mittlerweile alle so, oh, cool und so. Und zwar habe ich einen Wisch-slash-Saugroboter gekauft fürs Wurzumachen. Äh, der war nämlich bei, äh, ich nenne nicht wo, äh, war nicht bei einem großen Versender, sondern woanders habe ich den gekauft. Und, äh, ist von einer... Wovon ich mache mir Sorgen, hast du bei einem Wisch-Saugroboter, wenn du einen Saugroboter bei Wisch bestellst... Und zwar jetzt, pass auf, jetzt die wichtigste Info, liebe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr euch sowas kauft und der hat eine Wisch-Funktion dran, achtet darauf, dass er getrennte Behälter für das Frisch- und für das Dreckwasser hat, ja. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst zieht das Streifen. Das hat meiner nämlich. Ähm, also der hat das Getrennte, das funktioniert wunderbestens. Und ich habe den da installiert, so, was ist denn das für ein Schei? Braucht kein Mensch. Ja, und dann kannst du den da so laufen lassen und so. Der wuselt da so rum, so, ach, ist der niedlich und so. Und der hat obendrauf zwei LEDs, sieht aus wie zwei Augen, ne. Also wo er halt sich so ein bisschen so den Weg leuchtet. Rick, ich möchte ein Bild davon. Ja, kannst du gerne haben. Wäre ich auf unserem Instagram als Story mal posten. Bitte. Und der hat seine... Er hat ja schon einen Namen. Ja, genau, das ist nämlich das Thema. Ey, wir müssen dem noch einen Namen geben, der ist jetzt so süß. Weißt du, er ist so, oh, das ist ein Scheiß, Papa, ey. Und, ja, und der wuselt dann so rum und macht und tut. Und gerade jetzt mit dem Weihnachtsbaum und so, da hat er ein bisschen natürlich Probleme, weil der, aber der macht die ganzen Nadeln weg und alles herrlich, ne. Also kann ich echt empfehlen, wenn ihr irgendwas sucht. Mittlerweile haben die wirklich eine Qualität erreicht, die funktioniert. Also wir haben ja eine offene Treppe bei uns im Haus und da hatte ich echt Bedenken, dass der da runterfällt irgendwie. Oh nö, der fährt da ran mit Volker Rache um, ihr bleibt jedes Mal das Herz stehen und bremst ab. Direkt vorher. Ich habe eine Frage dazu. Habt ihr einen Teppich? Wir haben auch Teppich, ja. Und schafft er das da hoch? Ja klar, das schafft er. Also wenn er im Saugmodus ist, also quasi nur als Staubsauger, macht er das locker. Ja, wenn er im Wischmodus ist, da hat er ja hinten das Vlies dran, dann nicht. Okay, und verliert der Teddy viele Haare? Nö, der verliert kaum Haare, aber. Das ist nämlich die Frage, weil unserer tut ja so viele Haare verlieren. Der wuselt alles weg, der hat vorne dran so zwei kleine Bürstchen mit so langen Haaren. Und da wedelt er sich das alles so rein und macht da wirklich allen. Also ich kann es empfehlen, ich kann ja mal den exakt den, den ich habe, mal als Link posten. Also es ist kein Affiliate-Link. Ja, mach das mal bitte. Und das macht echt Laune. Also das wäre so meine Empfehlung, wenn ihr noch was sucht. Wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, in der Damenwelt kommt das ganz gut an. Wegen dem Niedlichkeitsfaktor und überhaupt. Okay, dann noch der Hinweis. Die letzten Tage von unserem Weihnachtskalender laufen, auch wenn ihr bis jetzt noch nicht mitgemacht habt. Auf kinocast.net gibt es jeden Tag ein Rätselbild zu einem Film des vergangenen Jahres. Und vielleicht erkennt ihr es jetzt. Mittlerweile wird es natürlich richtig, richtig schwer. Aber ihr könnt auch mitspielen, indem ihr auch, was weiß ich, eine Lösung tippt. Die muss nicht unbedingt richtig sein. Ihr habt dann dadurch ein Los im Lostopf drin und seid in der großen Verlosung für diverse andere Preise drin. Und da haben ja auch letztes Jahr einige was gewonnen, die nur eine falsche Lösung zum Beispiel abgegeben hatten. Also macht da ruhig mit. Wir haben sehr viele Preise hier. Dann kriegt ihr vielleicht nach Weihnachten dann ein paar nette Sachen zugeschickt. Und vielen Dank an alle, die uns auch das ganze Jahr über über Patreon unterstützt haben. Und es auch weiterhin tun. Jetzt mittlerweile ist er auf Euro umgestellt. Und ja, dann vielen Dank. Nicht mehr D-Mark. Nicht mehr D-Mark. Nicht mehr Kopeken hier. Oder Fitschimuscheln. Credits. Wir nehmen nur republikanische Credits. Kronkroken. Na, ich dachte Kronkroken. 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 Also, euch allen ein schönes Weihnachtsfest. Genießt die Zeit allein zu Hause. Entspannt ein bisschen. Guckt gute Filme. Sollen wir noch ein Weihnachtslied zusammensingen? Das würde ich mal lieber auslassen. Oh, du fröhliche. Ich muss am Weihnachten auch wieder singen. Und ich kann die Texte immer noch nicht. Ding Dong. So, alles. Gehabt euch wohl, ihr beiden. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schöne Feiertage. Ciao. Schöne Weihnachten an alle. Tschüssi. Bis bald im Kinocast. Tschüssi. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020